so leute jetzt wird es ernst elend stadt oberharz am brocken landkreis harz wahnsinn wenn ich mir die wälder anguck das ist ein elend sage ich euch so viel abgeholzt holz ohne ende dann bleibt auch noch so viel restholz liegen ein elend sage ich euch ein absolutes elend im tieringerwald ist auch so aus teilweise und hier ganz schlimm tschüss man sieht sich auf der straße